Guten Morgen, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einer Guten Morgen Gymnastik. Wir machen uns ein bisschen fit für den Tag, bewegen uns einmal durch, wichtige Gelenksysteme und stabilisieren uns natürlich auch kräftigen, wichtigen Muskelgruppen, die wir im Alltag so brauchen. Wir beginnen in der aufrechten Haltung. Zuerst mal so ein bisschen dich wahrnehmen, dich spüren, deinen Stand spüren. Wie fühlen sich deine Füße auf dem Boden an? Du darfst gerne so ein bisschen vor und zurück wippen. Auf deinen Vorderfuß und auf deine Ferse einfach mal deine Körpermitte spüren. Deine Knie sind etwas durchlässig und dein Bauchnabel sanft nach innen gezogen. Dann pendelst du dich mal langsam wieder ein, sodass du das Gefühl hast, dass du schön mittig stehst. Dein Körpergewicht wirklich mittig und dein Brustbein angehoben und dann lässt du deine rechte Schulter mal ganz locker zurückkreisen. Beginne wirklich mit kleinen Bewegungen in der Früh. Werde etwas größer, nimm deinen Ellbogen zurück. Und dann nimmst du die andere Seite, einmal die Schulter ganz locker. Lade schon dein Schultergürtel ein, deine Brustwirbelsäule, sich mit zu bewegen. Werde dann größer, nimm deinen Ellbogen. Und dann kommst du langsam wieder zur Mitte, nimmst beide Arme nach oben und streckst dich und rekelst dich mal. Gerne auch Füße mitnehmen, Knie beugen, Handrücken, Handflächen gähnen vielleicht. Oder auch mal vor, oder vielleicht mal dich ganz woanders hinstrecken. Einfach mal hineinspüren, wo du dich noch gerne hindehnen möchtest. Das macht deine Faszien schon mal wach, deine Rezeptoren wach, fit für den Tag. Und dann kommst du wieder zurück, lass deine Arme neben dem Körper hängen und beginnst ganz klein, deine Arme schon mal hin und her zu schwingen. Deine Brustwirbelsäule rotieren und dein Becken wirklich jetzt stabil halten. Lass mal die Bewegung und nimm jetzt deine Knie nach außen, auch deine Fußspitzen nach außen und verlagere dein Körpergewicht von rechts nach links und lass deine Arme ganz entspannt mit, um deinen Körper sich rumrotieren. Versuch irgendwann locker zu lassen. Was wir jetzt mobilisieren, sind auch schon die Hüftgelenke, die Fußgelenke. Werde etwas kleiner mit deinen Armen, mach nur die Füße weiter, roll sie ab von der Fußspitze auf die Ferse, ganz leise. Werde kleiner und bleib hier mal am Platz und roll deine Füße tatsächlich von der Fußspitze auf die Ferse ab, so dass du deine Waden schon mal aktivierst und dein Blut in den Körperkreislauf zurückschickst. Du darfst natürlich die Arme auch locker mitnehmen, als würdest du walken. Komm langsam zur Mitte und zieh jetzt die Knie etwas höher. Einmal rechts, links anziehen und deinen gegenüberliegenden Ellbogen gleich mal in Richtung Knie. Aktivierst beide Gehirnhälften mit körperkreuzenden Bewegungen. Ich komme wieder zu dir. Werde mal größer, indem du in die Grätsche gehst, deine Knie nach innen ziehst. Wenn dein Ellbogen nicht auf dem Knie ist, muss nicht sein. Du kannst auch davor schon stoppen. Und lass deine Arme jetzt nochmal weg, nur die Knie. Und dann tippst du nochmal außen auf. Locker. Arme schwingen lassen. Und jetzt gehen die Arme von rechts nach links und du drehst dein Oberkörper wirklich zur Seite. Lass locker. Möglichst den Atem fließen lassen. Und kleiner werden. In der Grätsche bleiben. Auslockern. Und deine Hände auf deine Oberschenkel. Wir gehen nach unten und zwar beugst du beide Knie, dein Gesäß nach hinten absetzen, Knie Richtung Fußspitze und dann schiebst du dich nochmal hoch. Kraft im Po spüren nochmal tief und nochmal hoch. Und versuch jetzt schon mal die Beinkraft zu spüren. Die brauchen wir im Alltag, auch für einen gesunden Rücken ganz wichtig. Und wenn du jetzt nach oben kommst, nimmst du dein linkes Bein zum rechten Fuß, spannst deine Innenseiten an und dann kommst du nochmal tief und wechselst nach oben. Nochmal tief und hoch. Deine Arme gern nach vorne mitnehmen. Tief gehen. Po anspannen. 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 Und wenn du jetzt nach oben kommst, hebst du ein Bein und kommst wieder tief. Hebst ein Bein und kommst wieder tief. Balance, Gleichgewicht brauchen wir im Alltag auch. Und Gleichgewicht trainiert und aktiviert immer deine Stabilisatoren des Rumpfes. Wackeln ist erlaubt. Noch drei, zwei und beim nächsten Mal bleibst du dann oben, hältst hier, versuch dich aufzurichten, Brustbein zu heben und jetzt geht dein Bein zurück und deine Arme nach vorne, Daumen zur Decke. Du kannst auch in der Luft bleiben nochmal, vor, tippen oder anheben und zurück und hoch. Ich wackele auch. Ganzkörper, Stabilisation. Beim nächsten Mal halte, versuch dich in der Standwaage zu halten und komm wieder hoch und wechsel die Seite. Tief gehen und halten. Nochmal aufrichten, zurück, mit Fußspitze tippen oder in der Luft und aufrichten, Fußspitze tippen oder in der Luft. Langziehen. Merkst bestimmt auch deinen Po. Und dann halte noch einmal in der Länge, halte, 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 atme, länger und wieder entspannt aufrichten. Einmal die Beine so ein bisschen auslockern. Sehr gut, war schon mal die Rückenmuskulatur, Stabilisatoren, Gleichgewicht, Beinkraft. Jetzt bleibst du hier nochmal aufrecht stehen, hebst dein Brustbein, Spannung im Bauch, Schultern wirklich völlig entspannt. Erstmal zurückkreisen. Und dann lassst du deine Schultern ganz weit nach hinten unten wandern. Gehst einmal mit dem Oberkörper nach links, so weit wie du kannst, kommst wieder zurück und gehst mit dem Oberkörper nach rechts und kommst wieder zurück. Noch einmal, so weit wie es geht. Spür deine schräge Bauchmuskulatur und nimm jetzt, um das Ganze ein bisschen zu erschweren, deine Hände, entweder an die Schultern oder, wenn du es noch erschweren möchtest, an deinen Kopf. Oder wenn du es dir nochmal erschweren möchtest, deine Arme sogar strecken. Such dir deinen Schwierigkeitsgrad raus, wie du möchtest. Wichtig ist nur, Bauchnabel sanft nach innen ziehen, Spannung in deiner Körpermitte halten. Letzten vier, drei, zwei, einen und entspannt auslockern, Füße etwas mehr schließen und dein Rücken gerade nach vorn und rund wieder nach oben. Noch einmal, gerade nach vorne und nochmal ganz rund. Jetzt bleibst du nochmal oben, richtest dich auf, streckst dich und mit dem Ausatmen Knie beugen, Bauch spannen und ganz locker tief schwingen. Ein und nochmal aus, nur wirklich den oberen Rücken sinken lassen. Wenn du hochkommst, zieh dich auf deine Fußspitzen. Ein, aus. Nochmal und dann bleibst du oben, hol dir die Stabilität für den Tag. Wie brauchst du, öffne die Arme, sink auf deine Fersen runter, super. Bleib nochmal hier in der Aufrichtung und feder ganz sanft mit den Ellbogen nach hinten. Fit für den Tag? Ich hoffe. Wenn du dich fit fühlst, gerne unten ein Kommentar bitte. Freue ich mich, ich versuche auch alle zu antworten. Lass nochmal locker. Atme ein. Und löse. Und ein letztes Mal ein und dann streck dich nochmal. Werde wach. Lockere dich aus. Schüttel dich aus und wirklich mal gerne den ganzen Körper einmal durchschütteln. Alle Rezeptoren aktivieren, die Körperwahrnehmung verbessern. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Freut mich, wenn du heute früh dabei warst. Ich hoffe, wie gesagt, du fühlst dich jetzt frisch und fit für den Tag. Wenn es dir gefallen hat, natürlich gerne ein Gefällt mir. Oder einfach mal auch weiterempfehlen, damit sich möglichst viele Menschen gleich mal in der Früh bewegen. Wenn du möchtest, geh auf meine Playlist. Da findest du auf meinem Kanal ganz viele Videos auch für den Morgen. Oder eben auch geordnet in zum Beispiel Bauch, Beine, Po, Fettburner, Wirbelsäulegymnastik. Also diese verschiedenen Rubriken. Dann findest du dich vielleicht noch besser zurecht. Vielen Dank für alle Unterstützer oder an alle Unterstützer, die mich bisher schon unterstützen. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich natürlich, wenn noch ein paar dazukommen, die meine Arbeit wertschätzen mit zum Beispiel 2,50 Euro oder 5 Euro monatlich. Kannst du da unten beim Mehr ansehen einfach mal draufklicken auf Deine Unterstützung. Da findest du die Steady-Seite. Oder ganz einfach bis zum nächsten Workout hier auf YouTube. Und dann auf YouTube. Und dann auf YouTube.